Disney Channel Gift Review. Hier stellen wir euren Stars einige Fragen, aber sie dürfen beim Antworten nicht sprechen. Heute mit Karen Bra. Karen, wie würdest du dich selbst beschreiben? Was ist dein Lieblingstier? Was ist dein Lieblingsessen? Klettern oder tauchen? Action oder Comedy? Wie würdest du deine Show Camp Kikiwaka beschreiben? Habt ihr seine Antworten erraten können? Hier kommt die Auflösung. Das ist die schlimmste Rendition von Curiosity. Aber ja, ich bin sehr stolz. Das ist auch noch eine schlimme Rendition von A Lion. Ja. Wenn du nicht sagst, das war Chopsticks. Ich bin nicht gut an das, aber Chinese Food ist mein Lieblingsessen. Ich bin nicht gut an Chopsticks. Oh ja, sorry. Ich versuche, wie ich mich meine. Und das war ich, um einen Mountain zu climben. Comedy. Crazy. Wie viele Antworten konntet ihr erraten? Schreibt es in die Kommentare. Bis nächstes Mal.